so leute sind weiter bei der sieben Menschen und das heißt jetzt krägte ein Wettbewerb Blablabla okay ist krägt rechts ist nichts entgegen aussieht nach rechts ja Raketen ich liebe die rechte Seite ja ja sieht gleich aus okay hier siehst du ja aus da wirst du auch so ne sagt mir nicht dass ich jetzt nicht diesen kleinen schmalen Weg da durch k oder auch perfekt Raketen so da gehe ich gleich nochmal durch finde ich cool b so ja gut sehr geil macht wie ich finde. Na gut, dann müssen wir halt oben lang. Mal schauen, dass es sich jetzt umliebt. Oh. Achso. Okay. Aha, getroffen. Ähm. Man, schon wieder ein Lava getreten. Oh, warte, hier oben. Hier oben sitzt. Mal sehen. Schau mal. So, jedenfalls irgendwie... ...wesuch was. Oh. Nice. Very, very nice. Geheimnis entdeckt, denke ich mal. Wow. Wow. Fettes Geheimnis. Wow. The fuck. Ah, ja. Oh. Mies. Alter. Das genial. Energietanker halten. Wow. Wow. Das Spiel ist der Hammer. Finde ich wirklich. Gerade. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich was Gutes anhalten habe. Aber egal. Okay. Okay. Was ist denn hier noch? Komm wieder her. Okay. Wow. Wow. Doch, Boss kommt anscheinend. Komm weg. Hey. Hey. Wow. Cool. Hey. Cool. Geschafft. Wow. Okay. Der Gegner war jetzt ein bisschen... ...quite awesome. Nächste. Ähm. Aber, aber hey. Ich habe ihn geschafft. Was ist hier jetzt? So. Okay. Da gibt's ein Geheimnis. Okay. Missile-Container erhalten, Energie-Kapazität erweitert. Okay. Nice. Nice, der Gegner. Komm, und jetzt noch einen Energietag. Nein. Also doch. Oh Mann. Entschuldigung. Mann, nein, nein. Geh doch mal. Hey. Oder? Sieht man hier. Naja, gut. Das halt geht noch. Komisch. Eigentlich. Ich mag die Level-Crate irgendwie. Weiß ich wieso, aber... Ist cool. Ist echt cool. Muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ja. Wie wär's, wenn wir jetzt mal zu Crate gehen? Also nach uns. Jetzt haben wir ja... Nette Sachen alle erhören. Also, ja, eigentlich, aber... Ziemlich nette Sachen halten. Okay. Na gut, Kopfhörer muss ich. Also, ja, den Level finde ich echt genial gemacht. Okay, vielleicht weil ich so viele halten habe. Aber ist egal. Und jetzt, da wir da jetzt hier sind. Okay, ich könnte ein paar Missheilsgebungen. Aber egal. Speichern. Ja. So schwer war der Gegner jetzt gar nicht. Ich hab mich nur blöd angestellt. Wie immer. Oh Gott, noch eine Ebene. Was gibt's hier? Okay. Oh. Ah, gut. Komm mal her. Ah, ja. Ich sehe schon. Hier ist gar keine Lava. Das ist doch ein Fake. Ähm. Aber wir sind jetzt scheinbar recht weh zu sehen. Hier muss was sehen. So ein Raum ist... Hier ist aber was. Ähm, okay. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Ah, Raketen. Raketen. Äh, ich... Noch mal kurz hier ein bisschen. Wie bei der Tankstelle. Einmal voll mal runter. Ah, Raketen. Ah, wir haben mal nicht so viele, das ist jetzt so ewig lang dauern. Glaub ich. Genau. Ich geh mal hier lang, hier glaub ich... Äh, weiß ich nicht. Genau das war hier. Äh, ja, jetzt komm ich hier mal nicht lang. Scheiße. Ich glaube, ob ich weiß, wie man hier lang kommt. Und zwar... Ich möchte den Weg wie jetzt hier... gerade fragen. Nein, auch nicht. Ach so, doch, ich weiß es doch. Yeah. Cool. Unbekanntes Objekt. Analyseergebnisslos. Objekt mit Aktenanzügekompatibel. Aber wohl doch nicht ganz inkompatibel. Super. War von Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Das ist gut. Das ist echt gut. Okay. Nein. Och. Komm, jetzt aber. Jetzt geh mal... Oder, ich weiß nicht. Ja, geh mal auf nochmal hoch. Äh, egal. Geh mal hier lang. Ähm, sieht um die Kacke aus. Den Level. Nö, der geht. Los, stopp, endlich. Wow, stopp, wow. Wow, ist ja gut. Aber wie wiederholt sich ja alles, oder? Wir sind gleich bei Crate. Fuck. Können wir hier nochmal... Ja. Oh, speichern. Ich liebe speichern. Die Speicherräume sind meine besten Freunde. Okay. Ja, hier geht's auch unten. Also. Ja, ich will aber erstmal hier noch. Was ist du denn für ein Freak? Hast du so eine Art Aufladung? Okay. Ah. Ah, ja. Mal sehen, hier waren wir auch noch nicht. Ich hab's hier eine Menge zu erkunden. Schnell, echt. Ah. Ach, okay. Ähm, gut. War ein blödes Viech. Nein! So. Ähm. Okay. Naja, gut, wir müssen anscheinend suchen, ne? Hey. Okay. Und wie sie los. Oder was besonderes? Naja, eigentlich nur der Weg nach oben. Also, machen wir doch nicht. Vielleicht gab es ja einen gleicher Hinweis. Okay, gut. Ja, die war mal hier noch. Ja. Okay. Okay, mal hier das ausprobieren. So, ich verstehe. Das ergibt Sinn. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich mal sagen. Oh Gott, die ganzen Gegner hier. Okay. Oh, ach so. Ah. 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 Sehr schön. Na, ihr lasst doch noch Energie drücken, habe ich recht. Hier nicht. Und du bist freundlich. Alles klar. Ja, jetzt werden wir wieder hier, wenn man was runtergeht. Sind wir halt einmal im Kreis und so gelaufen. Tja. Ich würde sagen, Leute. Ach, ich komme schon hier so gut durch. Ach, komm her. Ach, fuck you. Ja, es ist klar, es ist klar, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist gut, es ist gut, es ist einfach gut. Ich würde sagen, hiermit beende ich den Part. Ich freue mich auf den nächsten und sage Tschüssi.